Moin, moin, was ist das? Mein Name ist DaddySnails und willkommen zum besten Spiel auf YouTube. Kurz gesagt, wir zocken heute Tasty Blue und wir sind in einem Level stehen geblieben, das heißt Dolphin Escape. Eine Minute und sechs Sekunden und wir kriegen drei Sterne. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Was zur Hölle, ein Comic? Oh Gott, er traut sich nicht durch den Ring zu springen, aber er tut es am Ende. Breaking News, ein Monster-Goldfisch terrorisiert unsere Ozeane. Und ja, ganz genau das sind wir. Der Goldfisch ist außer Kontrolle, er wird immer größer und größer. Wissenschaftler sagen, der Goldfisch war mal normal groß. Okay, der Delfin hat eine Idee und er sieht ziemlich böse aus, um ehrlich zu sein. Spring durch den Ring, um Fische zu verdienen. Wenn du den Ball durch den Ring schubsen kannst, verdienst du mehr Fische. Okay, und wie oft sollen wir jetzt hier durchspringen? Verdammt, ich berühre das Ding, das ist richtig übel. Und wir werden größer, wenn wir da durchspringen. Ach, so läuft das. Komm schon, ah, alles ist gut und wir haben den Ball da durchbekommen. Perfekt, oh, was zur Hölle. Wir haben ihn zweimal in Folge da durchbekommen. Das ist ja voll geil. Sag mir jetzt bitte nicht, wir können irgendwann den Menschen töten, der uns die Fische die ganze Zeit gibt. Let's go. Ah, komm schon. Ei, perfekt. Und wir sind größer. Yo. Ich sag dir, wir können bald definitiv den Menschen essen. Und zwar den Menschen, der uns die ganze Zeit füttert. Das ist irgendwie krank. Verdammt, wir werden auch immer größer. Lol, komm schon. Oh mein Gott. Okay, das ist so asozial. Ich meine, er hat uns die ganze Zeit gefüttert und wir sind endlich im Meer und wir sind jetzt schon vier Meter groß. Lol, der Delfin wächst ja extrem schnell. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir haben die drei Sterne leider schon längst verpasst. Ich weiß nicht, ob wir einen einzigen bekommen, aber wir sind fast zehn Meter groß. Komm schon, bitte nur einen einzigen Stern. Damit bin ich zufrieden. Nur einen. Äh. Komm schon, mach hinne. Nein. Wir haben nicht mal einen Stern bekommen, aber egal. Zum Coral Crunch. Was zur Hölle das auch immer ist. Und das ist wieder ein kurzes Level und wir spielen wieder den Delfin. Ich mag den irgendwie. Und irgendwann kämpft der Delfin dann wahrscheinlich gegen den Goldfisch. Ich hab keinen Plan. Was zur Hölle sollen wir essen? Sollen wir nur die kleinen schwarzen Fische essen? Was übrigens extrem rassistisch ist. Oh Gott. Okay, wir können so. Okay, wir werden schon ein kleines bisschen größer. Und wir können die Clownfische auch essen. Perfekt, mein Freund. Let's go. Oh Gott. Ich möchte irgendwie diesen Taucherhelm essen. Und wir sind wieder 34 Zentimeter nur groß. Also wirklich extrem klein. Schade, dass es keine Menschen hier in dem Level gibt. Oder eventuell gibt es die später noch. Komm schon. Ei. Es ist extrem stressig, diese Fische irgendwie zu essen. Die sind voll schwer anzuaimen. Aber ich gebe gerade mein Bestes. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gibt es irgendwas in der Luft? Nein, es gibt nichts in der Luft. Aber wir sind wirklich extrem groß. Und wir können das Seegras essen. Okay. Wow. Jetzt werden wir riesig. Verdammt. Wir sind direkt über einen Meter groß geworden. Der Delfin ist jetzt ein verdammtes Monster. Ich meine, die anderen Fische haben niemals eine Chance gegen mich. Oh Gott. Was zur Hölle. 1,48 Meter. Wir haben einen Stern bekommen. Damit bin ich zufrieden. Aber trotzdem. Habt ihr gesehen, was ich am Ende für ein Monster war? Ich war einfach zehnmal so groß wie die anderen Fische, die am Anfang genauso groß waren wie... Warte mal kurz. Wieso sind normale Fische genauso groß wie ein verdammter Delfin? Okay. Ein kleines bisschen unlogisch ist es schon. Aber egal. Wir kommen zum nächsten Level. Und das ist Skull Treasure. Also eine Piraten-Map. Oh Gott. Und wir können direkt am Anfang Gold essen. Verdammte Kacke. Du kannst doch nicht einfach Gold fressen. Ich meine, der Scheiß ist verdammt viel wert. Komm schon. Und jetzt die ganzen Totenköpfe. Oh mein Gott. Okay. Was zur Hölle. Das ist voll das kurze Level. Wir haben drei Sterne bekommen. Das hat nur 19 Sekunden gedauert. Was? Hä? Okay. Nice. Das ist das zweite Mal, dass wir drei Sterne bekommen. Okay. Damit bin ich zufrieden. Anemones and... Ots... Ots... O... O... Oktow. Ach so. Wir essen ein Oktopus. Und Anemones sind, glaube ich, so eine Seegrasform. Aber ich kann jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Die ist sowieso schon schwarz. Genau. Das da unten liegt, glaube ich, Anemonen. Oh, verdammt. Jo, die tun mir weh. Das heißt, wir können erst nach unten gehen, sobald wir die essen können. Davor wäre das komplett der Selbstmord. Oder beziehungsweise wir werden einfach kleiner, wenn wir die berühren. Und darauf habe ich keinen Bock. Komm schon. Ess die. Ah. Alles ist gut. Können wir die... Ei. Mein Freund. Wie groß müssen wir dafür sein. Ich will die doch nur essen. Komm schon. Lol. Wir können die doch essen. Eben gerade... Ja, die waren markiert. Alles ist gut. Wieso zur Hölle... Jo, da unten ist der Oktopus. Verdammt, du nervst mich auch. Wann kann ich dich den fressen? Wart's nur ab, mein Freund. Du kannst bei Ewigkeiten in deiner Ecke campen. Ich werde dich sowieso irgendwann holen. Let's go. Den Taucherhelm essen wir auch. Und oh Gott. Wir können ihn immer noch nicht essen. Aber jetzt sollten wir ihn essen können, oder? Perfekt, mein Freund. Bitte einen Stern... Ja, wir haben einen Stern bekommen. Perfekt. Continue. Eine Minute und sechs Sekunden. Als nächstes kommt dieses Level. Kokonuts. Okay, zurück nach Afrika. Es gibt Kokosnüsse. Okay, das war rassistisch. Aber egal. Und wir können hier rüberspringen. Aber ich sehe doch gar nichts. Ach so, wir sollen wirklich nur die Kokosnüsse, die vom Baum fallen, essen. Das ist irgendwie eine krasse Level-Idee. Und wir wachsen dadurch nicht. Wir sollen einfach 100 Stück essen. Das sollte relativ schnell erreicht sein. Aber trotzdem. Was zur Hölle? Kann ich nicht einfach auf den Baum draufspringen? Funktioniert das nicht? Äh, nein. Niemals. Komm, mach den Delfin-Slide. Das sieht eigentlich so geil aus, wenn das irgendwann ein Delfin vor mir machen sollte. Ich würde ihn so mies abfeiern. Oh, 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 komm. Äh, ah. Du musst dich auch entscheiden, wohin du gehst, Alter. Wir haben 90 Stück. Nur noch 10 Stück. Wir müssen uns wirklich beeilen. Ich möchte mindestens einen Stern bekommen. Let's go. Oh Gott, nur noch ein paar. Komm, beeil dich. Let's go. Haben wir es geschafft? Ja, mein Freund. Oh Gott, wir haben zwei Sterne bekommen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wow. Zwei Sterne? Okay, ich bin zufrieden. Und das nächste Level heißt Lifeguard. Okay. Wir essen höchstwahrscheinlich wieder Menschen. Ja, wir sind so welche. Aber wo zur Hölle sind die Menschen? Oh, okay. Ich sehe sie. Die schwimmen da alle lang. Wieso zur Hölle schwimmt die dann lang, wenn ein kleiner, aggressiver Delfin da unten lang schwimmt? Und es gibt sogar noch extrem viele Taucher. Wie viele Menschen gibt es in diesem Level? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Aber wo zur Hölle schwimmt hier auch? Das kapiere ich nicht. Ihr seid irgendwo mitten im Meer mit einer kleinen Insel in der Mitte und ihr schwimmt hier? Verdammt, das ist unlogisch. Aber egal, ich werde euch alle wegsnacken. Bittestens jetzt müsst ihr doch merken, hey, der Delfin, der da unten lang schwimmt, ist ein bisschen krank im Kopf. Wie bewegt er sich denn die ganze Zeit? Und ich weiß, dass ihr mich seht, weil ihr habt so welche Schnörkel. Äh. Weil ihr habt so welche Unterwasserbrillen. Oh Gott. Okay. Jetzt wird es verdammt brutal. Es tut mir wirklich leid. Lol. Let's go. Und können wir schon die Lifeguards oben essen? Ja, wir müssen nur hoch genug springen. Komm. Oh Gott. Nein. Die sind im Haus gefangen. Wir müssen groß genug werden, um das Haus zu essen. Let's go. Sehen die Leute denn gar nichts? An deren Stelle würde ich schon weglaufen. Obwohl. Wohin soll die denn weglaufen? Ich meine, wo sind die überhaupt gerade? Komm. Oh Gott. Nein. Das nervt mich ja richtig hart. Diese Häuser sind so annoying. Können wir die jetzt eventuell essen? Ich meine, wir sind wirklich verdammt groß gerade. Komm. Let's go. Nein. Immer noch nicht. Mann. Wir sind drei Meter schon groß. Wir sind so hoch wie ein Drei-Meter-Turm. Das muss man sich erstmal in die Tüte packen. Okay. Wir sind größer geworden. Macht das vielleicht jetzt ein kleines bisschen mehr Sinn mit den Unterwasserautos? Weil irgendwo muss doch normalerweise Land sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir mitten im Meer sind. Aber dem ist anscheinend so. Okay. Ich glaube, ich sollte jetzt von den Menschen ablassen und sollte anfangen, die Unterwasserautos zu essen. Die machen definitiv mehr. Let's go. Okay. Die haben eine komplette Unterwasserstraße. Das sind verdammte Genies. Bam, 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 bam. Ein Stern bekommen. Sehr nice. Wow. Okay. Damit bin ich zufrieden. Ein Stern ist okay. Auf geht's zum nächsten Level. Und das nächste Level heißt Flying. Was zur Hölle? Yo. Okay. Was zur Hölle ist das hier? Fliegen wir? Wir fliegen ja wirklich. Und wir sollen in der Luft einfach Möwen fangen. Wie lange fallen wir denn? Hallo? Ich meine, wir können nicht endlich lang fallen. Oh Gott, ich kriege halt keinen einzigen mehr. Okay, das war gerade gut. Guter Snack. Ah. Es ist voll schwer, die zu erwischen, weil die sind so schnell wieder weg. Komm schon. Irgendwas. Ei. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir werden keinen einzigen Stern bekommen. Okay, Leute. Wir werden schneller. Wir werden definitiv. Verdammt. Okay, jetzt fliegen wir nicht mehr. Das war auf jeden Fall ein neues Abenteuer für mich. Und jetzt müssen wir noch ein kleines bisschen hier wachsen. Aber das wird kein Problem sein. Wir sind jetzt schon vier Meter groß. Das heißt, gleich können wir diese Flugzeuge essen, die übrigens extrem nah am Wasser fliegen. Wieso fliegen die so nah am Wasser? Das Ding ist, die setzen ja nicht auf. Die fliegen einfach nur ganz kurz da rein und fliegen wieder nach oben. Und das macht für mich gar keinen Sinn. I'm so sorry. Kommt schon. Wann kommt das nächste Flugzeug? Da ist es. Verdammt. Wow. Und wir haben trotzdem einen Stern bekommen? Okay. Das wundert mich ehrlich gesagt, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir überhaupt einen Stern bekommen. Continue. Auf zum nächsten Level. Das nächste Level heißt Jelly Sandwich. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Ich habe gerade nachgedacht, aber ich habe absolut keinen Plan. Ach so. Okay. Das soll ich mir das sagen. Und wahrscheinlich tun die mir weh, wenn die zu groß sind. Deswegen müssen wir wirklich aufpassen, was wir essen. Ei. Komm schon. Ich berühre nicht die zu großen. Ich berühre nur die, die ich auch essen kann. Oh. Verdammt. Ich wusste doch, die machen mir Schaden. Let's go. Oh. Verdammt, Mann. Das tut richtig weh. Tut jetzt mal bitte nicht so, als hätte ich noch keine Verbrennung. Kann ich den essen? Nein. Nein. Oh Gott. Das ist ja wirklich schwer. Wo zur Hölle sind die Leute, die ich essen kann? Ich glaube, die schwimmen nur oben. Unten habe ich sie jedenfalls noch gar nicht gesehen. Ei. Komm schon. Oh. Mein Freund. Hör doch auf. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe voll Angst hier. Wow. Ich fühle mich gerade wie bei Findet Nemo. Da sind die auch durch irgendwelche Quallen durchgeschwommen. Oh. Komm schon. Da hinten sind wieder zwei. Ey. Es ist wirklich schwer, Fische zu finden, die man auch wirklich essen kann. Und diese ganz kleinen, die bringen fast gar nichts an Größe. Oh Gott. Okay. Den kann ich essen. Perfekt. Den kann ich normalerweise essen. Den hier. Nein. Den kann ich nicht essen. Oh. Komm. Alles ist gut, mein Freund. Oh nein. Die können wir nicht essen. Unten war ein Pfeil. Den können wir essen. Perfekt. Okay. Okay. Wir werden langsam größer. Die Auswahl wird immer... Die Auswahl wird immer besser. Aber wenn es weh tut, dann tut es halt wirklich richtig weh. Let's go. Okay. Wow. Langsam können wir wirklich ordentlich wachsen. Eins. Zwei. Oh. Hör doch auf. Hör doch auf, mein Freund. Das nimmt so viel Größe weg. Das nimmt einfach so viel Größe weg. Das ist voll ätzend. Die sind mir viel zu groß. Ich... Ich hab voll Angst. Let's go. Nein. Der war falsch. Der war komplett falsch. Und den können wir wieder... Ah. Verdammt. Okay. Jetzt ist unsere Auswahl groß genug. Jetzt können wir einfach durchraschen und einfach alles snacken. Ihr habt mich eben gerade so aufgeregt. Und jetzt müsst ihr halt sterben. Das ist das normale Prinzip des Lebens. Es tut mir leid. Zwei Minuten und 18 Sekunden. Okay. Und kein einziger Stern. Und das letzte Level für heute heißt, glaube ich, Meerpieps. Was zur Hölle sind Meerpieps? Oh. Verdammt. Okay. Es gibt Meerjungmänner. Keine Meerjungfrau. Nein. Meerjungmänner. Obwohl doch. Da sind auch Meerjungfrauen dabei. Was zur Hölle. Aber ich wollte eigentlich nur die Meerjungfrauen sehen. Ich hab keinen Bock, diese kleinen Fischniedel zu sehen. Wann wachsen wir denn wieder ordentlich? Es kann doch nicht wahr sein, dass wir die ganze Zeit diese Möwen essen müssen. Das ist voll schwer. Oh Gott. Komm schon. Guter Slide, mein Freund. Wow. Das hast du noch von diesem Ringeltraining, oder? Okay. 1,30 Meter. Und wir können endlich die Meerjungfrauen und Meerjungmänner essen. Wow. Das wurde auch mal Zeit. Und wann können wir die Boote essen? Verdammt. Das tut mir richtig leid. Aber ihr müsst halt sterben. Oh Gott. Es gibt ja wirklich extrem viele davon. Ich kann die Leute im Boot terrorisieren und die fahren einfach weiter. Die interessiert das gar nicht. Normalerweise, wenn mich ein Delfin so angreifen würde, würde ich sagen, okay. Nichts wie weg hier. Aber die Leute, die haben keine Angst. Uh. Das Seelgras. Oh. Das macht einen immer richtig groß. Ich liebe das Seelgras über alles. Und jetzt können wir endlich die Boote essen. Ich meine, verdammt. Okay. Wir sind ein riesiger Delfin. Und wir haben wenigstens einen Stern bekommen. Okay. Damit bin ich zufrieden. Aber na gut, Leute. Ich denke, wir werden jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Hashtag Fisch in die Kommentare. Was auch die letzten paar Folgen so war. Und bis morgen, Leute.